Yo Leute, ich bin's wieder TomMP und Willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir sind dabei gerade Seidenschnabel, Sabenschnabel wollte ich schon sagen, und Serious Black zu retten. Und jetzt retten wir zuerst Seidenschnabel und danach Serious Black, logischerweise. Da drin ist Seidenschnabel auch, aber jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich Harry da hochkriege. Okay, höher kann ich nicht, ich dachte vielleicht auf dem Turm könnte noch sein, was nur der Drache erreichen kann. Ah, komm mal. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, immer noch nicht. Das ist natürlich gut. Achso, wir sind nämlich noch gar nicht fertig. Wo soll ich noch anzaubern? Hä? Ah ja, klar, macht Sinn. Kann er ja jetzt reinfliegen. Oh, hier schön. Tju. Hilft das vielleicht? Perfekt. Halt dich fest, ich schau was drinnen ist. Gute Idee. Da werden mir die Charaktere geswitcht. Oh Gott, oh Gott, als ob das... Wie viele sind das? Warte, fünf, sechs, sieben, acht, acht Stück. Und jetzt Multikill. Zwei waren das. Hä? Hä? Was ist es behindert Harry? Und? Oh Gott, was ist da los? Komm, das läuft nicht weg. Das ist Elastofeld. Cool. Nee. Jetzt auf einmal so viele Speicherbücher. Noch in Elastofeld. Ist klar, die haben nämlich früher gewusst, dass irgendetwas passieren wird und deswegen haben die vorsichtshalber ganz viele Elastofelder eingebaut. Hallo. Bist du dumm? Ja, das ist gut erkannt. Ja, jetzt machen wir das noch. Da ist nämlich einfach mal so eine Karte drin. Den Spaß mit dem Hasen kennen wir ja auch noch. Perfekt. Oh, okay. Ach, ein Elastofeld. Da ist er. Ruhig, Schnäbelchen. Wir holen dich hier raus. Ach ja. Die Pulto. Die Pulto. Hallo, Mora. Ja, das war easy. Aber wir sind noch nicht fertig. Warte hier, Hermine. Ich schau nach, ob es Zeit ist, Sirius zu retten. Sei vorsichtig, Harry. Dank der Kraft des Zeitrumkehrers eilte Harry zum See. Er musste herausfinden, wer den Patronuszauber gesprochen und ihn so von den Dementoren gerettet hatte. War sein Vater gekommen, um ihm zu helfen? Hatte James Potter gezaubert und Harrys Leben gerettet? Doch dann verstand Harry. Er hatte nicht seinen Vater gesehen. Er hatte sich selbst gesehen. Ja, cool, ne? Expecto Patronum! Paz. War das so schlau? Ich mach schon mal den Zahn aus. Denn ihr wisst ja sicherlich, dass das jetzt wieder recht laut wird. Hä? Bist du? Ich hab voll auf dich gezaubert. Cheater. Der Dementor hatte wohl die Hex an. Das ist jetzt einfach nur ein Expecto Patronum auf die Dementoren. Ich mein, das ist ja sowieso jetzt, das ist auch noch nicht so wichtig. Das ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll, die Aufgabe. Moment, da müssen wir aber natürlich wieder Sound haben. Denn auf einmal kommt ein Hirsch. Scheint so ein bisschen elektrisch geladen zu sein. Also ich weiß nicht, also irgendwie sieht das auch ein bisschen übertrieben aus. Das ist doch schon keine Zauberei mehr, oder? Ich mein, warum fliegt der jetzt in Hirsch? Warum ist das jetzt golden und, ja. Ist ja auch egal. Ich find's übertrieben, aber... Muss ja jeder selber wissen. Harry, ich glaube es nicht. Du hast einen Patronus besporen, der alle Dementoren vertrieben hat. Das ist sehr, sehr fortgeschrittene Magie. Vielleicht ist es schon gar nicht mehr Magie. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon getan hatte. Macht das Sinn? Harry, wir müssen Sirius vom Turm retten und zurück im Krankenflügel sein, bevor irgendjemand unser Fehlen bemerkt. Genau, gehen wir. Und aufs Seitenschnabel angeritten. Fliegen sie zum Turm. Und befreien Sirius. Easy. Auch zu zweit? Das war eindeutig. Wir sehen uns wieder. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry. Töfte. Und wie kommen die jetzt runter? Ja, das war wieder sehr viel Story. Aber das ist jetzt größtenteils vorbei. Die Nachricht von Sirius Blacks Flucht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Niemand wusste, wie er das geschafft hatte. Harry, Ron und Hermine behielten ihr Wissen für sich. Außerdem war der Tag ihrer letzten Prüfungen. Und nicht jeder der Freunde war gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie du auch nur eine einzige Prüfung bestehen sollst, Ron. Du hast aber überhaupt nicht gelernt. Ich? Was ist mit dir? Du hast doch die ganze Zeit mit Seidenschnabels Verteidigung verbraucht. Bitte, Ron. Nicht zu voreilig. Ich habe natürlich den Zeitpunkt geholfen. Ah, wie konnte man das nur vergessen? Ich möchte wie immer Westnoten erhalten. Sie hat immer eine Antwort parat, was? Schlechte Nachrichten, Ron. Deine Körper-Retraktum-Prüfung ist zuerst dran. Wir müssen in Professor Lupins Klassenzimmer. Wieso müssen die dann eigentlich da auch hin? Nehmen wir die Abkürzung über die Porträts in den dritten Stock oder die Treppen? Wir machen weder noch, denn wir gehen jetzt zunächst ins Speicherbuch. Und ich würde sagen, das war es mit der Folge. Wo ist denn das hier? Ist doch irgendwo... Hä? Unten, glaube ich, ne? Was war es mit der Folge? Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Harry Potter, am Montag wieder. Nachher gibt es noch die Syndicate Games. Schaut da wieder rein. Haut rein! Und... Tschüss!